Bin ich gut und deutlich zu hören? Bitte mal in den Chat reinschreiben. Also ich glaube, ich müsste eigentlich gut zu hören sein, weil ich sehe hier meinen Ausschlag und von daher muss es eigentlich so sein. Also die Webseite von LifeWave ist absolut genial geworden. Professionell, modern und wie ein großer Konzern es eben haben muss. Wenn Sie sich mal alleine anschauen, den Film, den wir hier haben, auf der linken Seite, wie die Stammzellen funktionieren, ein absolut großartiger Film. Was Besseres hatten wir noch nie. Dann klicken Sie rechts auf die Erfahrungsberichte oder Sie schauen sich zum Beispiel mal diesen, was hier als X39-Ratgeber steht. Das ist ein englisches Booklet, kann man leider nicht verschicken, weil es über 50 MB hat, insofern zu groß ist. Was die gesamte Entstehungsgeschichte von den Stammzellen im Einzelnen erklärt. Wie es funktioniert, woher es kommt und das ist absolut genial. Also auch wenn Sie Therapeuten oder Ärzte haben, Leute, die es wirklich ganz genau wissen wollen und Sie können es nicht so erklären, müssen Sie ja auch überhaupt gar nicht, dann geben Sie dann bitte dieses Dokument und laden sich das einfach mal herunter. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal etwas zeigen. Und zwar habe ich mir erlaubt, das X39-Video ein wenig umzugestalten, indem ich es um eine Minute gekürzt habe. Schauen Sie sich das mal an und sagen Sie mir bitte gleich danach mal, dauert jetzt drei Minuten, was Sie davon halten. Wir alle hoffen, dass wir anmutig altern, damit wir unsere reifen Jahre voller Energie, Vitalität und in blühender Gesundheit verbringen können. Doch häufig zeigen unsere Körper im Alter die ersten Anzeichen, dass es einfach nicht mehr wie früher ist. Unsere Energie, unsere Haut, die Heilungs- und Genesungszeit, der Schlaf, irgendwie scheint alles bergab zu gehen. Es sei denn, Sie benutzen LifeWave. David Schmidt, unser Gründer, kreative Kraft und Erfinder von Weltklasse hinter der LifeWave-Technologie, ist kürzlich mit einem einzigen LifeWave-Pflaster etwas auf dem Gebiet der regenerativen Wissenschaft gelungen, das Forschern weltweit, die Jahre und Milliarden US-Dollar investierten, nicht gelangt. Wir möchten Ihnen das LifeWave X39 vorstellen. Das weltweit allererste Produkt, das Stammzellen aktiviert. Ein wahrer Durchbruch in der Regenerationswissenschaft, der hilft, unseren Körper wieder in einen gesünderen, jüngeren Zustand zu versetzen, wie dies kein anderes Produkt kann. Das Geheimnis? Das X39 macht sich die Kraft von LifeWaves patentierter Lichttherapie zu Nutze und erhöht mithilfe von Licht ein Peptid, das nachweislich die Aktivierung von Stammzellen signalisiert. Stellen Sie sich das einmal vor. Dies sind die Zellen, die alle Zellen und Strukturen im menschlichen Körper erschaffen und erneuern. Sie sind die Bausteine für unsere Organe, unser Gewebe, unser Blut und unser Immunsystem. Zudem dienen sie als inneres Reparatursystem, überall. Doch wenn wir altern, nimmt die Wirksamkeit von Stammzellen ab. Ihre Fähigkeit, beschädigtes Gewebe zu reparieren, verringert sich. Bis zum Alter von 60 Jahren haben Sie sich drastisch verlangsamt. Doch all dies kann sich ändern, wenn Sie jeden Tag nur ein LifeWave X39-Pflaster auf eine beliebige Körperstelle kleben. Anstelle von älteren und weniger effektiven Stammzellen unterstützt X39 die Produktion von jüngeren und gesünderen Stammzellen. Dieses fantastische Maß an Kontrolle über Ihre Vitalität und Ihr Wohlbefinden war bisher schlicht nicht möglich. Schon gar nicht so einfach. Und das Beste? Wie alle LifeWave-Pflaster ist X39 sicher, nicht invasiv und unglaublich kosteneffektiv. Sehen Sie sich an, was andere über LifeWave X39 sagen. Belegt von klinischen Studien, mehreren Patenten und 20 Jahren Entwicklung wäre jeder dieser Vorteile für sich schon beeindruckend. Doch X39 ist so wirksam, dass es alles an Ihrem Körper beeinflussen kann. Wie Sie aussehen, wie Sie sich fühlen, wie leistungsfähig Sie sind und wie schnell Sie heilen. Es wird Zeit, dass Sie die Kraft von X39 erleben. Das LifeWave X39 Pflaster, ein absoluter Durchbruch. Für Ihren Körper, für Ihr Unternehmen. Leben Sie lang, leben Sie gut, leben Sie jünger. Erleben Sie die Kraft von LifeWave. So, wie ich gerade hier gelesen habe, ist das Video nicht richtig gut gelaufen bei allen. Das macht aber überhaupt gar nichts, denn ich habe Ihnen das natürlich geschnitten und dementsprechend können Sie sich das angucken, wie immer auf der Vertriebsförderung Infoseite. So sieht die inzwischen aus. Da haben Sie hier die Vorstellung von X39. Die Vorstellung X39, wirkungsweise des Stammzellenaktivierenden X39 Patch, ist der lange Film, der 4-Minuten-Film, den wir von LifeWave kennen. Der aber ja auch von vornherein das Thema Geschäftsaufbau und Vertrieb mit drin hat. Das ist nicht unbedingt immer für jeden Endkunden günstig. Es gibt Menschen, die darauf eher allergisch reagieren. Wenn Sie jetzt jemanden mit einfach nur wirklich sachlich den Film über das Produkt zeigen wollen, gehen Sie hier unten runter. Da steht X39 Produkt Video. Und wenn Sie dann da draufklicken, dann kommen Sie automatisch auf einen YouTube-Link und da haben Sie diese 3-Minuten-Version, die ich gerade eben geschnitten bzw. vorgestellt habe. Wenn Sie zum Beispiel Ärzte haben, die haben meistens Wartezimmer und da könnten die das prima in der Endlosschleife im Wartezimmer abspielen lassen. Oder einfach generell Interessenten, die erstmal über das Produkt den Zugang bekommen. Denn wir wissen ja nach wie vor, Network Marketing ist nicht unbedingt so das allergrößte Thema, mit dem man Leute von vornherein begeistern kann. Aber über das Produkt bekommen wir dann doch immer wieder neue Vertriebspartner, die einfach so begeistert sind und feststellen, dass wir wirklich auch was absolut Einzigartiges haben. Dass sie danach sagen, okay, das muss ich einfach weitergeben. Und dementsprechend dann durchaus auch bereit sind, hier ins Network Marketing zu gehen. Ich meine, Sie müssen sich das einfach mal überlegen, was wir hier haben. Das haben, glaube ich, die wenigsten bis jetzt richtig verstanden. Die Kosten für eine normale Stammzelleninjektion liegen heute bei ungefähr 30.000 Euro pro Behandlung. Und dabei gibt es, wie uns David Schmidt zum Beispiel am Mond, wie der erklärt hat, ein Risiko von ungefähr 30 Prozent, dass diese Spenderstammzellen gesunde Zellen angreifen und beschädigen. Das heißt, dadurch haben auch die meisten Länder den Einsatz von Stammzellen nur zur Gewinnung von Blut zugelassen. Alle anderen Therapien sind nicht legal. Also es besteht ein Risiko von 30 Prozent, dass die Stammzellenbehandlung nicht funktioniert. Und das Ziel von David war einfach, die Stammzellenwissenschaft für alle erschwinglich zu machen. Stammzellen sicher zu machen durch die Aktivierung der Stammzellen, die bereits in ihrem eigenen Körper sind. Und dabei dann ein Stammzellenprodukt herzustellen, das überall auf der Welt legal und zugänglich ist. Und dieses Stammzellenprodukt herzustellen, das wirksam ist und den Menschen ein ganzes breites Spektrum an Vorteilen bietet. Und das sehen Sie ja hier zum Beispiel jetzt auch wieder auf dem Slide, was wir ja alles bereits durch hunderte von Erfahrungsberichten gesehen haben. Ob es eine Entzündungshemmung ist, schnelle Schmerzlinderung, die Wundhaltung, die unterstützt wird. Einfach, dass man viel mehr Energie und Vitalität hat, dass man geistig fokussierter und klarer ist. Höhere sportliche Leistungen bringt. Eine schnellere Erholung nach dem Training hat. Also die Regeneration nach dem Sport ist einfach sagenhaft. Ich habe überhaupt nie mehr Muskelkater. Ich sehe es nur dann auch am Sakko, dass es nicht mehr passt, dass auf einmal die Muskeln dann doch gewachsen sein müssen. Auch ohne Muskelkater ist es schöner möglich. Oder ob Sie jetzt ein jüngeres, strafferes und gesünderes Hautbild haben. All das ist mit unserem X39 möglich. Und was David uns erklärt hat, war super faszinierend, denn vor bereits mehr als einem Jahrzehnt entdeckten Wissenschaftler, dass es möglich ist, Stammzellen zu erzeugen, indem man die Hautzellen eines Menschen umprogrammiert. Überlegen Sie sich das mal. Das bedeutet, wenn man aus Hautzellen Stammzellen gewinnen kann, dann haben wir immer ein absolut optimales Maß an Potenzial von Stammzellen zur Verfügung. Und nicht wie das bei alten Menschen ist, wo man einfach sagt, die Stammzellen sind nicht mehr aktiv und da kann man dann nichts mehr machen. Sondern aus jeder Hautzelle kann eine Stammzelle gemacht werden. Und da gab es einen Wissenschaftler, da haben wir einen Film drüber gesehen, der heißt Takahashi. Und der hat bewiesen, bereits 2007, dass durch den Einsatz von Peptiden Stammzellen aus Hautzellen erzeugt werden können. Und diese Stammzellen, die waren alle pluripotent. Und also pluripotent, das bedeutet, dass sie in alle Zelltypen, aus denen der Körper besteht, verwandelt werden können. Und so dementsprechend verschiedene Gewebe und Organe reparieren können. Ich meine, da gibt es irgendwas, was noch genialer ist, was diese Wirkung hat, dieses breiten Spektrum, die aktivierte Stammzellen im Körper. Also ich meine, das ist glaube ich absolut genial. Also es geht ja hin, das darf man zwar nicht sagen und wir machen ja auch ein Wellnessprodukt und behandeln keine Krankheiten. Aber zumindestens haben die Wissenschaftler schon mal herausgefunden, dass sie mit dieser Prozedur jeden Zelltyp im Körper erzeugen können. Und die grundlegende Biologie bestimmter Krankheiten erforschen konnten. Unter denen zum Beispiel Menschen leiden wie das Down-Syndrom bis hin zu Diabetes. Also sensationell. So und wenn sie jetzt also dementsprechend dieses Produkt erhöhen, nämlich genau genommen das Peptid, das Polypeptid, was dafür sorgt, dass die aktivieren, die die Stammzellen aktiviert werden können, was eben dieses Kupfer-Tripeptid ist, dann können sie damit aus der Haut migrierte Zellen machen, das Zellteilungsprogramm wird verändert und dadurch kann einfach der gesamte natürliche Prozess der Reparatur und der Regeneration von allen Organen passieren. Also sie aktivieren ihre Stammzellen, sie verwandeln Hautzellen in andere Zelltypen, nämlich in Stammzellen und das ist glaube ich sensationell. Wenn sie überlegen, wir brauchen einfach nur ein Patch zu kleben, egal wo am Körper. Es ist vollkommen egal. Es funktioniert immer, ihr Körper bildet immer darauf hin oder aktiviert seine Stammzellen und schickt sie an die Orte in dem Körper, wo eben als erstes repariert werden muss. Da hat auch David gesagt, okay, wenn sie jetzt zum Beispiel mehrere Baustellen haben, sie haben was am Knie und an der Hüfte, dann wollen sie vielleicht das beides gleichzeitig weg haben mit X39 Stellen, stellen aber fest, jetzt wird erstmal nur das Knie besser, weil vielleicht der Körper für sich entschieden hat, dass er die gesamten Stammzellen erstmal in die Reparatur des Knie schickt, weil er das jetzt erstmal für wichtiger erachtet, als das bei der Hüfte der Fall war. Nur mal ein Beispiel zu bringen. Wir brauchen keine Klebeprotokolle mehr. Das heißt, dies ist ein Produkt, was jeder duplizieren kann. Ich meine, einfacher und genialer geht es nicht. Das Einzige, was sie brauchen in ihrem Körper, damit ihr Körper wiederum mit diesem Kupfer, wie nehmen wir es jetzt, mit dem Kupfer Tripeptid optimal Stammzellen erzeugen kann, ist, dass sie im Körper Kupfer, Zink, Selen, Magnesium und Schwefel haben. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich will trotzdem mal kurz darauf eingehen, was Sie hier sehen, das sind also Sachen, die ich abgefotografiert habe aus der Präsentation von David am Mondsee. Das heißt, Kupfer ist zum Beispiel in Weizengras drin, in Austern, in Schalentieren, Vollkornprodukte, Bohnen, Nüsse, Kartoffeln, Organfleisch, also Nieren oder Leber, hat ganz viel Kupfer drin, dunkles Blattgemüse, Trockenfrüchte wie Pflaumen, Kakao, schwarzer Pfeffer, also Schokolade, können Sie natürlich dementsprechend auch essen, Sesamsamen, Cashewnüsse und Sojaboden. Also das, was hier gelb ist, das sind also die, die am stärksten sind. Also wenn Sie jeden Abend 5, 6 Cashewnüsse essen oder Paranüsse, dann sind Sie schon mal perfekt versorgt mit Kupfer. Sorgt unter anderem auch dafür, dass man viel weniger graue Haare bekommt. Also auch ein ganz spannendes Thema. Dann brauchen Sie Zink im Körper, um aktive Stammzellen zu haben. Das ist in allen Meeresfrüchten drin, in mageren Geflügel, in Eier, in Bohnen, in Erbsen und Nüssen, in Saaten und in Austern zum Beispiel. Dann brauchen Sie Selen, da sind wir wieder bei den Meeresfrüchten, mageres Fleisch. Sie sehen schon, das wiederholt sich, wie praktisch, oder? Das heißt, Sie müssen nicht für jedes jetzt Ihre Ernährung umstellen, sondern wenn Sie sich das mal genau angucken, Rindfleisch, Truthahn, Sojaprodukte, Hühnerfleisch, Schalentiere, Eier, die hohe Mengen an Selen erhalten, Wohnen, Nüsse, Paranüsse. Das sind alles Dinge, die man normalerweise in einer ausgewogenen, gesunden Ernährung sowieso drin hat. Es ist also keine Zauberei. Wie gesagt, 5 Paranüsse am Abend, 5, 6 Cashewnüsse über den Tag verteilt. Sie sind auch sehr reich an Antioxidantien und Sie haben eigentlich schon fast alles getan, was Sie für den Körper als Grundlage benötigen, damit er seine Stammzellen aktivieren kann. Das ist also wirklich keine Wissenschaft. Magnesium, da ist zum Beispiel in dunkler Schokolade drin, in Avocados, in Nüssen, in Bohnen, in Tofu, wiederum auch in Getreide, in Makrele, in Lachs, in Bananen und im grünen Blattgemüse. Dann haben wir noch den Schwefel übrig gehabt, wiederum Fleisch, Milchprodukte, Eier, Zwiebeln, Erbsen, Kreuzbütler, Gemüse. Also, alles ganz simpel. So, dieses Webinar wird übrigens aufgezeichnet, insofern können Sie sich das später dann auch nochmal angucken oder anderen Menschen auch später weitergeben. Wenn Sie sich überlegen, dass dieses Tripeptid, GHK-CU, also mit anderen Worten Kupfer-Tripeptid, zur Aktivierung von Stammzellen wissenschaftlich erwiesen, hervorragend geeignet ist, auf der anderen Seite hat uns David Schmidt aber auch erzählt, kann man dieses Kupfer-Tripeptid nicht oral einnehmen, weil es, wenn man es oral in den Körper eingibt, häufig giftig ist. Das heißt, David hat hier die einzigartige, geniale Möglichkeit gefunden, indem wir über dieses, über Licht wiederum dieses Tripeptid im Körper erhöhen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wirklich funktioniert. Und wie gesagt, hier steht es nochmal, die Stammzellen sind pluripotent, sie können sich in alle Zelltypen, aus denen der Körper besteht, verwandeln und alle verschiedenen Gewebe und Organe reparieren. Und diese Stammzellen können durch den Einsatz von diesem Tripeptid, von diesem Kupfer-Tripeptid aus normalen Hautzellen gebildet werden. Das haben wir nochmal wiederholt, das Ganze. Und jetzt erkennen Sie einfach mal, warum das wirklich so absolut genial ist. Und wenn das so genial ist, dann möchte ich doch jetzt nochmal auf ein paar Studien reingehen, die nämlich jetzt zu dem Punkt kommen, wenn wir auf der einen Seite wissen, was das für ein einzigartiges Produkt ist, dann müssen wir es im Prinzip ja auch anderen Menschen weitergeben. Denn wenn wir Gutes tun, verbessert das nicht nur unser Selbstbild und lässt es mehr strahlen, wie eine Studie von der Barclay University ergeben hat, sondern prinzipiell können wir eigentlich sagen, dass diese zufällige Akte der Freundlichkeit, also kleine gute Taten, oft an Wildfremde gerichtet, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Zum Beispiel auch mal im Restaurant jemandem für den nächsten Kunden den Kaffee mitzubezahlen oder Geld für den nächsten in den Parkautomaten werfen oder ein Live-Wave-Patch kostenlos jemanden kleben und ihn dabei anstrahlen. Das ist alles Akte der Freundlichkeit und das füllt uns mit Energie und macht uns auch selbstbewusster. Und in dieser Studie von dieser Barclay University berichtete der Großteil der Teilnehmer, mehr Energie zu haben, nachdem sie einem anderen geholfen hatten. Überlegen Sie sich mal, wie genial das ist. Sie fühlten sich optimistischer, stärker und selbstbewusster und verspürten deutlich mehr Gelassenheit. Also freundliches Handeln schüttet auch den Neurotransmitter Serotonin aus. Und das wissen wir, was Serotonin im Körper auslöst, das hat uns David ja auch schon häufiger mal gesagt. Es lässt nicht nur uns besser dastehen, wir fühlen uns nicht nur besser, sondern wir können damit natürlich auch andere Menschen ganz anders erreichen. Wenn wir freundlich sind, wenn wir strahlen, dann fragen uns andere automatisch, was ist unser Geheimnis? Wie machen wir das? Wodurch? Und wenn wir dann sagen, ich habe da so ein Pflaster, das klebe ich mir. Man könnte zum Beispiel auch sagen, das ist bestimmt nichts für dich. Das ist ein ganz guter Akquisitionsspruch. So arbeitet die Gruppe von Gerhard Witz, vom Senior Presidential Director aus Österreich, gerne und gut. Weil wenn Sie zu jemandem sagen, das ist bestimmt nichts für dich, dann sagt er natürlich gerade, wieso weißt du das denn? Genau gerade, das will ich jetzt aber ganz speziell wissen. Also wenn wir zu anderen Menschen gut sind, dann fühlen wir uns gut und als gute Menschen sind wir einfach optimistischer, positiver und das verbessert unser eigenes Selbstbild. Das heißt, was können wir denn dann eigentlich Besseres tun, als der ganzen Welt von X39 Stammzendpatches zu erzählen? Es gibt einfach kein, auch nur annäherungsweise so geniales Produkt, um die Lebensqualität eines Menschen ganzheitlich und ohne jegliche Nebenwirkung verbessern zu können. Also ich kenne keins. Ich meine, Sie bekommen schon alleine dadurch, dass Sie diese Informationen weitergeben, weniger Schmerzen, Sie verringern den Bluthochdruck, Sie haben weniger Ängste, Sorgen und Panikattacken, haben Sie ja sowieso nicht. Aber all das ist bereits nur dadurch, dass Sie darüber sprechen gegeben. Und dann ist es auch kein Verkaufen mehr, sondern es ist einfach nur, wenn Sie so wollen, Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn Serotonin im Körper erhöht wird, dann erhöht sich auch automatisch das Oxytocin, das Bindungshormon im Gehirn wird freigesetzt, das auch beim Kuscheln oder wenn man Sex macht ausgeschüttet wird und das Stresshormon Cortisol verringert sich auch um 23%. Also ziemlich genial. Also mit anderen Worten, um sich selbst in einen perfekten, ressourcevollen, gesunden, glücklichen und harmonischen Zustand zu versetzen, brauchen Sie eigentlich nur jedem Menschen die frohe Botschaft von den X39 Stamm 10 Patches zu erzählen. Und damit machen Sie die Welt ein Stückchen besser. Für jeden, dem Sie davon erzählen. Und für sich selbst auch. Ich meine, das ist doch wirklich die eierlegende Wollnmichsau, oder? Und weil es eben so genial ist und das eine Information ist, die Sie raustragen müssen, weil die Menschen kennen keine X39 Patches. Deshalb haben wir unter anderem jetzt diesen kurzen Film, den Sie sich selber ja von der Vertriebsförderung Info runterholen können, runterziehen können, den Sie jedem permanent zeigen können. Und wenn Sie selbst die X39 Patches nehmen und die Leute sehen, die Erfolge, die Sie damit haben, dann ist das wie eine Magnetwirkung. Dann kommt das automatisch zu Ihnen zurück. Und wenn Sie es nicht machen, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und das ist in Deutschland zumindest strafbar. Und wie genial ist es, dass wir bei LiveWave dafür alle sozialen Medien zur Verfügung haben? LiveWave ist eine der wenigen Network-Unternehmen, die es gestattet, dass wir auf allen Kanälen, ob das Facebook, ob das Twitter oder wie die ganzen Dinger heißen, die man heute da so benutzen kann, all das können Sie verwenden, um LiveWave zu bewerben, um über die Produkte zu reden, um Erfahrungsberichte zu posten. Das ist einfach nur genial und es ist auch genial einfach. Also machen Sie die Welt ein Stückchen besser und teilen Sie diese bahnbrechenden Informationen. Zum Beispiel arbeiten Sie mit den Attention-Stickern. Sie haben das ja sicherlich gesehen, auch die, die jetzt wieder am Mond zu dabei waren. Wir haben jetzt einen absolut genialen X39-Sticker und wenn Sie den irgendwo auf Ihr Patch draufkleben, natürlich an irgendeiner Stelle, wo man das Ganze auch sehen kann, dann fragen Sie die Leute automatisch, was ist denn das? Was ist denn das für ein Patch? Oder was ist denn das, was hast du denn da? Wenn Sie dann sagen, ach, das macht meine ganzen Zellen jünger, weil meine Stammzellen sich damit aktiviert, ich habe damit viel mehr Energie, aber das ist bestimmt nichts für dich. Und dann machen Sie eine Pause, dann kann ich Ihnen versichern, dass die Leute daraufhin sofort sagen werden, wieso ist das nichts für mich? Ich will davon mehr erfahren. Und dann sagen Sie zum Beispiel ganz einfach, okay, ich habe gerade wenig Zeit, gib mir doch mal deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse, ich kann Ihnen mal eine Information zuschicken. Wollen wir so verbleiben. Und schon haben Sie innerhalb von 30 Sekunden einen Elevator-Pitch gemacht, Sie haben ein Interesse erzeugt und die Leute wollen automatisch auf Sie zurückkommen. Andere Alternative des klassischen Elevator-Pitches ist das, was ich ja schon seit mittlerweile 10 Jahren in meinen Webinaren immer wieder erzähle. Wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, wie Sie, so und jetzt suchen Sie sich davon eins aus, von den Punkten, deshalb sind die auch alle klein geschrieben, mehr Energie und Vitalität erhalten zum Beispiel. Und das Ganze nur durch ein Pflaster, das mit Licht arbeitet. Wäre das dann interessant für Sie? Und Pause machen. Die Frage muss wirken. Die Leute müssen die Gelegenheit haben, darüber nachzudenken. Bloß nicht den Fehler machen und die Leute zutexten mit allem, was sie wissen. Interessiert keinen Menschen. Wer fragt, führt. Und nur der, der antwortet, der potenzielle Interessent, der potenzielle Käufer oder eventuell später auch potenzielle Vertriebspartner, glaubt nur das, was er selber erzählt und nicht das, was Sie ihm erzählen. Insofern müssen Sie alles in Form von Fragen von Ihrem potenziellen Kunden, Vertriebspartner, Käufer bekommen. Wenn man irgendwo im Gespräch ist, man merkt immer wieder, die Leute reden als erstes über das Wetter und als nächstes über Krankheiten und Politik. Und deshalb ist das immer eine super Gelegenheit. Einer sagt, oh, ich fühle mich heute so schwach, ich habe so wenig Energie, das Wetter ist so schlecht, oh, ich habe Schmerzen. Und dann sagen Sie, Entschuldigung, ich wollte nicht zuhören, aber können Sie in jedes Gespräch einfach reingrätschen. Ich habe gerade gehört, Sie haben gesagt, Sie haben Schmerzen. Ist das richtig? Und dann sagen die Leute in der Regel natürlich dann ja. Ein ja ist immer eine positive Zustimmung unterbewusst von der anderen Person Ihnen gegenüber. Das ist also eine super Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und dann sagen Sie, wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, wie Sie Ihre Schmerzen schnell verringern könnten, und das Ganze nur durch ein kleines Pflaster, das mit Licht arbeitet, es kommt also nichts in Ihren Körper rein, wäre das interessant für Sie, darüber mehr zu erfahren. Und Klappe, mehr sagen Sie nicht. Und dann, ich habe jetzt gerade wenig Zeit, geben Sie mir doch bitte mal Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ich schicke Ihnen mal ein dreiminütiges Video zu, dann können Sie sich das genau angucken, wie das funktioniert. Wollen wir so verbleiben? Ist das interessant für Sie? Und zack, fertig. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich kinderleicht geworden. Natürlich werden Sie auch Neins hören. Viele werden sagen, oder einige werden sagen, nein, danke, ich habe kein Interesse, lasst mich in Ruhe, ich habe keine Zeit, ich bin nicht interessiert. Das ist prima, weil ein Nein heißt ja nur noch eine Information nötig. Das heißt, da müssen Sie eine Einwandbehandlung machen. Und das ist aller meiner Lieblingssätze, und das sage ich immer mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Das kann ich gut verstehen, dass Sie jetzt Nein sagen. Das klingt ja auch wirklich zu gut, um wahr zu sein, oder? Wenn Sie dieses Wohlbefinden selber am eigenen Körper spüren könnten, würden Sie dann das Patch ausprobieren wollen? Und dann machen Sie wieder eine Pause und warten Sie auf die Wirkung. Denn dann fängt der andere an zu überlegen und sagt sich, naja, also theoretisch wäre das ja wirklich eine ganz großartige Sache. Und dann können Sie theoretisch irgendwann noch hinterher setzen, wenn Sie jetzt eine Packung kaufen, natürlich nachdem die Leute erst das Video gesehen haben, weil dafür müssen Sie ja auch gar nichts erklären, drei Minuten Video angucken, und dann sagen Sie, wenn Sie jetzt eine Packung kaufen, und Sie haben 30 Tage Recht zum Umtausch, ohne Angabe von Gründen, wo besteht da für Sie ein Risiko? Machen Sie es simpel. Sie müssen nichts erklären, was, wie, warum funktioniert, was, wer erforscht hat. Stammzellen ist heute ein Stichwort, womit die Leute was anfangen können, was sie verstehen, was automatisch transportiert. Jeder verbindet mit Stammzellenaktivierung etwas Positives. Und nutzen Sie auf jeden Fall die Marketingwerkzeuge, die wir jetzt wunderbar zur Verfügung haben. Ich meine, ob das jetzt dieses Video ist. Ob es die App ist, die in Kürze kommt. Die App ist fertig entwickelt. Es liegt momentan einfach nur an Apple, dass die diese in den App Store reinladen müssen. Und da liegt sie jetzt seit zweieinhalb Wochen und Live-Web muss warten, bis es kommt. Aber die App ist absolut genial. Oder, wie gesagt, dieses Booklet, The Story of the X39, wo alles genau noch mal wissenschaftlich erklärt ist, wo auf die Studien verwiesen wird. Oder ob Sie sich jetzt den neuen Produktkatalog angucken, der ja nun auch absolut genial aufgebreitet ist. Auf Focus X39 natürlich. Ich meine, früher hatten wir, wie wir wissen, wir hatten sieben, acht Patches für jede Befindlichkeit, Störung oder Defizite eins. Und heute können wir mit X39 nahezu alles erst mal schon mal machen. Natürlich sind die anderen Patches nach wie vor super und wir brauchen sie auch. Aber wir können mit X39 erst mal reingehen, einen neuen Interessenten ansprechen. Er wird sehr viele positive Wirkungen gleichzeitig spüren, ob er besser schlafen kann, ob er mehr Energie am Tag hat, ob er geistig fokussierter ist, ob er seine Schmerzen reduziert. Und das Ganze ist natürlich genial, weil egal, wo er es am Körper hin gibt, besser kann es ja nicht funktionieren. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal in Ihrer eigenen Webseite im internen Bereich schauen, unter Marketing Tools, da finden Sie ganz tolle Sachen. Ob das jetzt die Banner sind, die man sich da eben runterladen kann, ob das eben the Story of the X39 ist, was Sie sich hier runterladen können. Also Sie gehen auf Ressourcen, dann gehen Sie auf Marketing Tools und dann klicken Sie ein bisschen, scrollen Sie ein bisschen runter, bis Sie dann dementsprechend hier zu den X39 Dingen kommen. Sie können sich auch nochmal ein Produktvideo direkt runterladen, aber auch diese Arbeit habe ich Ihnen bereits abgenommen, war ja auch schon im letzten Newsletter drin, schicke ich Ihnen im nächsten nochmal. Ich habe das auch ein bisschen komprimiert, sodass Sie dann, wenn Sie wollen, eine Offline-Version mit 40 MB gerade mal haben. Die können Sie dann auf Ihrem mobilen Gerät speichern, also zu Deutsch auf dem Handy oder dem iPad und ob Sie Internet haben oder nicht, Sie können damit jederzeit und überall auf dieser Welt diesen Film einem Interessenten vorführen. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Hilfe. Also Ihr Ziel sollte im Prinzip sein, möglichst viele Interessenten als Vertriebspartner zu registrieren, weil Sie wollen sich ja duplizieren und nicht irgendwie mit zwei oder drei, sondern Sie wollen sich ja mit 50 oder 100 neuen Partnern vermehren und das funktioniert natürlich dann am besten, wenn Sie wenig Arbeit haben, wenn das Ganze automatisch funktioniert und wenn die Leute für Sie hundertprozentig gesichert sind. Sie wissen, ein Kunde ist nicht bei Ihnen in der Form gesichert, dass er sich nicht woanders als Vertriebspartner registrieren kann. Insofern gehen Sie kein Risiko ein und sagen Sie ganz einfach zu den Leuten, möchten Sie das X39 für 149 Euro kaufen oder für 99 Euro? Und wieder machen Sie eine Pause. Natürlich werden die Leute das Produkt zum Preis günstig wie möglich einkaufen wollen. Dann sagen Sie einfach, okay, dann müssen Sie sich als Mitglied registrieren. Sie haben keinerlei Umsatzverpflichtung, keinerlei jährliche Kosten, einmalige Registrierungsgebühr und Sie können alle Produkte zum Einkaufspreis beziehen. Ist das nicht genial? Und schon haben Sie die Leute automatisch als Vertriebspartner dabei. Sagen Sie in dem Fall einfach nicht das Wort Vertriebspartner, reden Sie in dem Fall von Mitglied. Das klingt viel harmloser und da hat keiner irgendwie das Gefühl, er hat irgendwie einen Umsatzdruck, er sollte was verkaufen. Haben wir ja auch nicht bei LiveWave. Aber wenn Sie die Leute als Vertriebspartner bereits eingeschrieben haben, ist es erstens viel besser für Ihren eigenen Teamaufbau. Sie wissen ja, Sie brauchen momentan Punkte für unsere Kreuzfahrt. Darauf kommen wir später noch. Und insofern ist jeder Vertriebspartner momentan eine sehr glorreiche Angelegenheit. Und wie gesagt, mit diesem Spruch, möchten Sie für 149 Euro einkaufen oder für 99 Euro, ist die Startvorlage optimal, dass die Leute natürlich danach sagen, okay, für 99 Euro, also registriere ich mich als Vertriebspartner beziehungsweise eben als Mitglied. Und immer wieder dieses Video, dieses Video teilen, ob Sie das bei Facebook machen, wo Sie es auch immer machen, ob Sie das über WhatsApp verschicken. Ich habe ja letztes Mal auch einen Text dazu geschrieben, wie Sie auch ehemalige Interessenten nochmal ansprechen können. Ist das Thema LiveWave für dich noch interessant? Wenn ja, wir haben einen neuen Quantensprung erreicht mit einem Produkt, mit einem Patch, was jetzt die Stammzellen in einem eigenen Körper aktivieren kann. Guck dir doch mal das kurze Video an und dann sind Sie schon drin. Dann müssen Sie nur noch nachfassen. Das ist das Einzige, was immer bleibt. Leute sind begeistert, aber es gibt so viele verschiedene Einflüsse während des Tages, so viele Dinge, die auf uns reinprasseln, dass selbst wenn man von etwas begeistert ist, man trotzdem eventuell wieder es vergisst oder andere Dinge erstmal im Vordergrund stehen und man sich deshalb eben nicht von selbst und aus eigenem Antrieb nochmal wieder meldet. Das heißt aber nicht, dass die Leute deswegen kein Interesse haben. Das müssen Sie ganz klar auseinanderhalten. Dementsprechend fassen Sie nach. Ach, wodurch bin ich groß geworden bei LifeWave? Ich habe bei meinen ersten 100 Vertriebspartnern, die ich persönlich eingeschrieben habe, immer, immer, immer wieder nachgefasst. Das hören Sie, ob das jetzt die Elisabeth Funk ist oder ob das die Chris Wohner erzählt. Alle sagen immer, sie waren erstaunt, ich habe Monat für Monat angerufen. Immer wieder. Bei einem ging es natürlich auch innerhalb von zwei Anrufen schon nach einer Woche, aber es gab immer auch so hartnäckige Fälle, die dann trotzdem jetzt im Endeffekt dann Senior Direktoren geworden sind oder Senior Presidential Direktor geworden sind, wo ich immer wieder nachfassen musste. Und dann sagen Sie einfach ganz klar, ich verstehe das, dass Sie keine Zeit hatten, sich das anzugucken. Jeder hat ja auch so viele verschiedene Dinge um sich, um seine Ohren. Haben Sie sich denn das Video schon mal angeschaut? Und was sagen Sie dazu? Ja, begeistert, toll, oder? Sensationell. Wenn Sie jetzt das Produkt bestellen, wo ist da Ihr Risiko? Probieren Sie es doch einfach aus. Sie verjüngen jede Zelle in Ihrem Körper. Besser kann es doch gar nicht sein. Immer wieder nachfassen und dann holen Sie die Leute ab und wieder 149 Euro oder für 99 Euro. Und schon haben Sie die Leute als Vertriebspartner eingeschrieben. Wie schön, dass wir momentan anlässlich der offiziellen Einführung von diesem genialen Produkt eine tolle Promotion haben. Sie wissen ja, noch bis einschließlich dieses Sonntags können wir drei Packungen X39 kaufen für 249 Dollar. Das bedeutet also, wenn Sie es mal umrechnen, pro Packung also 83 Dollar anstelle von 98 oder 99. Das ist also ja schon eine ganz gute Ersparnis. Und ja, genau, sind es also 50 Dollar bei drei Packungen alleine. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Günstiger wird es auf keinen Fall mehr werden. Was ich Ihnen auch raten würde, wäre, sich so ein paar Merchandise-Artikel zu holen. Also wenn ich zum Sport gehe und ich habe mein X39 T-Shirt an, ich habe mein X39 Cappy auf und ich habe meine X39 Flasche in der Hand, dann bin ich ja total durchgebrandet und die Leute fragen mich. Ich meine, klar, habe ich noch das Patch irgendwo kleben mit diesem tollen Attention-Sticker, mit dem blauen, der wirklich absolut hochwertig und genial aussieht durch dieses Hologramm da drauf. Und die Leute fragen sich, was ist denn das? Dann sage ich, ach, ich habe dadurch mehr Energie, aber für dich ist das bestimmt nichts. Einfach mal warten, was passiert. Die Leute sagen dann alle, wieso ist das für mich nichts? Und schon haben sie nämlich den Spieß umgedreht. Sie müssen nichts verkaufen, nichts anpreisen, nichts bewerben. Die Leute kommen auf Sie zu und wollen es von Ihnen wissen. Ich meine, genialer kann es doch gar nicht mehr laufen, oder? Also so sieht das dann bei mir aus, zum Beispiel, wenn ich rumlaufe. Da bin ich gerade vom Sport gekommen. Ich meine, wenn Sie jetzt am Mondsee gewesen sind, da hätten Sie noch einen Handyhalter haben können, da gab es noch einen Lautsprecher, einen kleinen USB-Land, Lautsprecher oder die Cappies. Wirklich genial, wie hochwertig die Produkte aussehen, wie gut die ankommen und wenn Sie halt zwei oder drei davon gleichzeitig am Körper in irgendeiner Form haben, die Leute sprechen Sie alle an, weil Sie sehen natürlich sofort dann, das kann ja dann kein Zufall mehr sein. Ja, ich denke, wir sehen uns sicherlich auf der Kreuzfahrt im November. Fünf Tage durch die Karibik zu schippern von Miami aus ist ja auch nicht so ganz schlecht und es ist ja auch überhaupt gar nicht schwierig, denn alles, was Sie dafür brauchen, sind 15 Punkte und dafür haben Sie noch Zeit bis einschließlich April komplett. Für jeden Diamanten, den Sie registrieren, bekommen Sie drei Punkte, für jeden Gold, den Sie registrieren, bekommen Sie einen Punkt. Wenn sich jetzt jemand in dem Zeitraum von Gold auf Diamant upgraden sollte, dann bekommen Sie die zwei Punkte Differenz zwischen Gold und Diamant natürlich auch noch zusätzlich gut geschrieben. Also 15 Punkte brauchen Sie und wir sehen uns dann auf der Kreuzfahrt. Einfach ganz nicht mehr gehen. Denken Sie einfach da dran. Sie wissen, wie genial dieses Produkt ist. Kein anderer weiß es. Wenn Sie nicht darüber reden, wird es niemand erfahren. Und wenn Sie Ihre eigenen Ängste überwinden können, indem Sie da einfach nur üben, über X39 zu sprechen, dann gewinnen Sie unglaubliches Vertrauen. Und dieses Vertrauen führt dann zu effektiveren Ergebnissen bei Ihnen. Sie müssen sich einfach einmal entscheiden. Ich glaube, es gab noch nie eine bessere Chance mit LiveWave groß zu werden wie jetzt. Es ist alles so genial und professionell geworden, wie wir es noch nie hatten. Wie wir es uns immer erträumt haben. Und so simpel und einfach. Und ohne jegliche Konkurrenz. Ich meine, es ist so, als wenn man Lichtschalter einschaltet und alles im Körper läuft auf X39. also entscheiden Sie sich einfach dafür, in allen Bereichen Ihres LiveWave-Geschäfts besser zu werden und lassen Sie uns gemeinsam etwas wirklich Großes und Bedeutendes aufbauen. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Glückwunsch, dass Sie bei LiveWave dabei sind. und herzlichen Glückwunsch, dass Sie bei LiveWave-Geschäfts